Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together mit dem Seemann. Und der Ticko. Yay. Weiter geht's mit dem Häuslebau. Ja, mit dem Häuslebau. Wahr, scheiße Schaffer. Häuslebau. Boah, ich mach mal Türen. Obwohl, äh, was wollen wir denn als Boden machen, ist die Frage. Ja, Marmor. Oder? Ja, Marble, so, so, so. Ja, voll cool. Finde ich voll cool. Okay, gut, dann müssen wir Sabel, Sabel finden, ja. Ja. Sabelminden. Ja, ja, Sabelminden. Wir können ja Diamantboden machen. Wir haben's ja. Jawoll. Weil wir's haben. Ich, ich komm dir grad vor, als ob ich's auch schon mal in die ganzen Kischen reinguck hier ohne Schmarrn. So, hier, das kommt da aber alles hin so. Was, was machen wir denn für'n Dach? Achso, äh, aus, 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 ja, hm. Ja. Aus Treppen. Aus Treppen. Irgendeiner Holzsorte. Holz, willst du wirklich Holzdach? Oder Holz oder Stein? Ja. Stein ist, glaub ich, hübscher, oder? Ja, so Prick wär schon auch nice. Ja, gut. So, so, aber das wär zu farmenintensiv. Ja. Aber das wird mir schon gefallen. Wie? Ich, ich guck einfach mal, ob ich da am Wasser relativ schnell ein bisschen, bisschen Lehm finde und dann, und dann, und dann entscheide ich mich dafür nochmal, dafür oder dagegen. Geh' ich schon mal, glaub ich, irgendwie... Moment, du musst mal essen, erst ins Bettchen. Ja, genau. Und dann brauch' ich auch schon mal ne Schaufel. Dann geh' ich schon mal uns, äh, mich umgucken, ob wir irgendwo ne schöne Höhle haben, wo ich bisschen, vielleicht sogar Marble finde oder irgendwas in der Art. Ja, ja, ja. Ja, oder? Ja, das ist schon ganz gut. Falls es hier aber Marble gibt, gibt's hier Marble? Ich überlege grad. Stimmt, mal gucken, das zählen wir doch. Gibt's hier Vulkane? Ne, 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 ne? Nö, ich glaub nicht. Oh, verdammt. Wir könnten weisse Wolde nehmen. Schnee? Ne. Wir könnten auch... Oh, was ist das? Large Snow Bricks. Wie gehen denn? Large Snow Bricks. Die sehen ja auch nice aus. Snow Bricks. Die sehen ja gut aus. Da warst du Schneeblöcke für. Oder unguarded wie so ein Brick. Mhm. Es gibt noch die kleinen. Es gibt noch Glowstone Bricks. Genau. Paved Stone Bricks. Die sehen ja auch cool aus. Large Obsidian Bricks. Lapslatsly Bricks. Ja, die kommen mit Mindfactory Reloaded rein. Cool. Ah ja, okay. Large Obsidian Bricks. Nice. Nice, nice, nice. Mhm. Ja, cool. Aber Schnee haben wir jetzt keinen mehr. Ne. Dann normale Bricks. Ja, aber Bricks braucht man sowieso immer erst mal. Ja. Egal. Also dann gucke ich mal, ob wir hier irgendwie Schneebricks haben. Genau. Ich habe eine Idee. Du suchst Bricks und ich gucke mal, dass ich schon mal die ersten Maschinen hingezimmert kriege ich, wa? Ja, genau. Cool. Das wäre doch was. Das wäre auch was. Ja, genau. Oh, wir brauchen noch einen Chart auf Minium für unseren Minium Stone. Sehr gut. Habe ich keinen mehr. Ne. Habe ich vorher alle da rein. Okay, gut. So, dann. Let's download Eisen. Was brauche ich? Schaufel. Wir gehen nicht in eine Schaufel. Ich kann keine Schaufel mehr machen. Doch. So. Okay. Na, das wird auch schon mal reichen. Hier, Ronimo. So, let's go to the sea. In der Deep Deep Blue Sea. Pass das hier irgendwie genug? Ähm, ja. Ja. Mit Tintenfische drin und ohne. Mhm. Hm. Ich baue jetzt einfach mal die Öfen hier eiskalt in die Wand. Ops, daneben. Ja. Einfach rein eiskalt, damit sie nachher schön warm werden. Ja, genau. Ah. Also. Ja. Mhm. Doch, doch. Also wenn wir mal Tintenfische brauchen. Haben wir genug. Ja, bestimmt. Aber wenn wir sie brauchen, findet man natürlich nachher Lehm. Natürlich. Ja. Und keine Fisch hin. Stimmt. Und Gold. Hast du schon mal in Minecraft geangelt? Ja. Echt? Und? Wie war's? Extrem öde. Ja. Und unglaublich uneffizient. Okay. Alles klar. Oh, was habe ich denn hier? Das sind Eier. Oh. Die fliegen da runter. Hier haben wir eine schwäbende Insel. Sehr cool. Ja, schon. Also im echten Leben würde das auf jeden Fall an diesem Stückchen Dreck hier auf jeden Fall heben. Mhm. Irgendwie kann ich hier unten gar nicht den Sand von dem irgendwas unterscheiden. Das sieht alles gleich aus hier. Und so dunkel. Aber das, nee, das ist auch Sand, glaube ich. Oh, nee. Als erstes abholen. Gibt's den? Ach doch, nein. Das ist schlimm. No, es gibt kein Project Table. Hm. Oder? Ach, dann eben nicht. Nein. 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 Oh. Okay. Da brauche ich Flint. Flint, 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 Flint. Ein Flint haben wir. Doch, so viel. Ja, der ist von mir. Wollen wir noch Kies? Dann habe ich durch die ganze Höhle geschleppt. Ein bisschen eher. Ja. Ja. Ich guck mal, ob ich Kies finde. Wir brauchen noch einen Flint. Hm. Oh, oh. Oh, ich vergesse die ganze Zeit, dass ich Luft brauche. Nein, nicht machen. Boah. Ja, die Hälfte habe ich noch an live. Aber bei mir Stockfinster. Oh, ein Zombie. Hm, hier ist kein Dingens. Der Kupfer, aber kein Gravel. So. Jetzt haben wir hier unten mal ein bisschen Licht. Kein Gravel. No Gravel. Das ist Sand. Ich glaube, jetzt habe ich aber auch alles. Hier habe ich ein bisschen Leben. So. Gut. Auch alle Steine. So. Und das da? Ist das auch noch mal Leben? Nee, das ist Sand. Da ist ein Gravel. Ja. Nee, das ist auch Leben. Also Leben und Sand sieht extrem gleich aus. Ja, im Wasser schon. Ja, schon ein bisschen. Ja. Wahrscheinlich bin ich schon dann voll viel vorbeigeschwommen. Zumindest hier mit Vanilla. Textur. Und ohne, was weiß ich, unter Wasser Nachtsichtgerät. Unter Wasser Nachtsichtgerät. So, ha, so geht das Ganze ein bisschen flitzer, wenn man nicht unbedingt im Wasser ist. Mhm. Mhm. Aber. Ich muss das ja auf Speed-Abbauung nehmen. Ich würde mir da mal einen Waypoint setzen, sonst verlaufe ich mich nur. Ah ja, stimmt. Aber da finde ich die Waypoints hier auf der Map besser. Ja, das stimmt. Als auf der Hexit-Map. Da finde ich die irgendwie, oder ich blick's nicht. Aber gut. Das tue ich auch immer wieder. Boah. Weil ich die Waypoints im Field of the Beast auch besser finde, weil die haben so einen coolen Strahl, der in der Farbe dann immer so hoch zeigt. Hm, ja. Von weit weg sehen. So, äh. Äh. Waypoint. Waypoint. Äh. At home. At home. At home. At home. Und aus. Okay. Okay. So. Haben wir jetzt? Ich hab, genau. Jetzt könnt's losgehen. So. Zack, zack. Und ich brauch... Ah ja, da stehen auch schon die Öfen bereit. Ach, müsste ich auch noch ein Pisten. Da, 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 da. War da noch Eisen drin? Ja, hier. Zwei. Aber sonst nicht so viel. In dem eins rechts. Mhm. Danke. Hm. Das reicht erstmal. Oh. Und ich brauch noch eins, zwei, drei Eisen. Ja. 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 Ähm. Ich weiß nicht, reicht das? Wie ergiebig ist denn so? Boah, erstmal gucken, ne? Wohl, könnte ein bisschen knapp werden, aber wir können ja nach, nachlegen. Ja. Ja. Genau. Ah, doch, da hab ich noch welche. Hab ich da auch noch welche? Ne, da ist noch Eisen drin. Ah, das Eisen lassen wir mal drin. Ja. So. Was kann ich tun? Ähm, du kannst, äh, ähm, ähm, ähm. So gebe ich mir eine Aufgabe. Gäbe dir eine Aufgabe und zwar, guck dich mal hier so um, in diesen Höhlen, ob da irgendwo ein Eingang nach unten ist und toll, da vorne ist Gravel, ich, ich fass es nicht. Ach, Gott. Ja. Und ich bin vor Ort gelaufen. Nööööö. Okay. Alles klar. Das heißt, ich such mal irgendwas, was runter geht. Genau. Und ein paar Ärzte mitnehmen, wenn du auf dem Weg was findest. nicht so gut aus aber wahrscheinlich gehe ich da mal richtung zu richtung dschungel ein bisschen an der kante entlang corruption oder hinten vielleicht herzeln mitnehmen dafür sollte ich mir aber wahrscheinlich eher noch eine stein eine eisenspitze gemacht sofern wir noch genügend ich glaube in dem einen ofen fackelt da noch was ja bist du bist du ich sitz mal auch da noch ein bisschen kohle rein weil schon glaube ich ist das hier nicht so jawohl bei dem eisen brauchst du nicht weil die pulverisieren gleich ach so ja dann ja nee da die da da tun noch irgendwelche eiserzlinge drin verbraten so ich wollte mir das eisen rausnehmen so pulverein so den tun mal hier so in die ecke war voll den tun war genau hier genau dahin genau und ein bisschen jetzt brauche ich noch mehr eisen ich hab dir gerade geklaut wie kannst du es fragen ja das ist meine evil aber was denn hier ist denn wieder los wer stört mich denn der herr und der herr und stört irgendwie tut dann ja jetzt brauche ich also ich dachte ich glaube nicht der weiß jetzt dass er hinüber naja so ist halt wenn keine sonnencreme benutzt hat ja selber schulden ja so ich finde ein bisschen nix warte hätte ja mal sein können ja naja so ein vorsprung ist das eher aber keine hülle oh mein gott uns ist der koppelsturm fast ausgegangen nein doch ich hab noch fünf stück ich hab noch 55 wenn du mit koppelsturm mangel sowas hört man auch selten ja ja schon bau noch ein paar für die engines und für die pipes für die engines ja ich kann dir noch ein bisschen bringen wenn du willst ja das wäre ganz gut dann muss ich nicht abbauen wenn wenn ich dir damit weiterhelfe ich brauche eh was zu auf jeden Fall vielleicht habe ich auch noch was ja ich habe noch was ach du bist schon ja ich hätte ja auch geben können da hätte ich ja nicht unbedingt aber es ist ja dann können wir auch viel schlafen genau stimmt kann man es direkt hinlegen und dann kriegst du ja whatever you want hey wenn ich es habe so ähm koppelsturm einmal und kapapa sonst habe ich glaube ich nichts mehr wunderbar reicht schon an koppel so und tun wir die öfen nochmal beklatschen so da fällt aber hier auch zunder nehme ich mir hier noch ein bisschen kode raus so alles klar gut achso was zu essen habe ich noch was doch 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 da war noch was ja ok ach ach was mache ich hier what do you do äh ja frage mich gerade auch ich könnte ja noch gleich ein turtle bauen hm ja genau das kannst du machen das ist eine sehr gute idee fällt mir grad so ein stimmt mein dann genau dann kannst du dann bleib direkt hier und ähm warte machen wir am besten ähm ich überlege ich überlege hier machen wir computer stone redstone einen Eingang so nach unten ich weiß zwar jetzt nicht wo der ist aber ich werde ihn finden hier direkt vorm Haus wenn du vors Haus gehst wirst du sticken mhm ja ja so haben wir noch eisen hast du es jetzt geklaut ähm oder ne das ja warte im moment ich kann gleich sofort pulverisieren ich muss noch irgendwie ich brauche die noch hast du noch cobblestone ja kannst du mir zwei vier sechs glaube ich sechs brauche ich so eben schnell die engines eins also treff hier fünf ne sechs sieben brauche ich sieben dann hast du sicher noch irgendwo eine klarscheibe ja hier achso auch bei dir im inventar ja ups das habe ich dir meine six gegeben ja so ja so und a redstone wo hast du denn da frei gestoppt ach hier äh habe ich bei mir auch in der tasche ja ja alles gestoppt direkt alles klar also ich meine in zukunft frage ich gar nicht wo es ist sondern ich frage einfach dich jawohl sag du gib mir ja ich brauche mhm 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 okay ich hatte ja gerade gedacht wir bauen uns ein Project Table aber das gibt es ja hier nicht mhm 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 Das ist total geil. Du baust den, du brauchst bloß drei Kobbelstern obendrauf und wie ein Pistonbaum mit Holz an der Seite und in die Mitte kommt ein Crafting-Table und eine Kiste und der Project-Table ist quasi ein Crafting-Table mit Kiste, also du kannst darin was lagern und du kannst die Rezepte in dem Crafting-Feld drin liegen lassen. Alles klar. Und was er auch konnte, ist wenn du ein Rezept drin liegen hast und im Inventar dieses Dings genug anderes Zeug noch vorhanden ist, kannst du quasi, legt der automatisch nach. Ah, geil. Ja, das war schon echt saupraktisch. Ja, schon. Und das gibt's bestimmt ab Tech-It-Light. Ja, Tech-It-Light hat den, genau. Durchbruch. Naja, dafür hast du hier anderes Zeug, das praktisch ist. Ja. Oh, hä, was ist denn das? Ein Disk-Drive. Ah, okay, jetzt weiß ich auch, wie man ein Disk-Drive baut. Habe ich noch nie gebaut. Hm, hm, hm. So. Braucht man nicht so oft. Ein Türtel. Was, das hast du oft? Braucht man nicht so oft, hab ich. Achso, brauche ich nicht, ja, ja, genau. Hast du... Den habe ich meist nur gebaut wegen Style, weil es cool aussieht. Achso. Hm. Ja. Ja, ja, ja. Wo ist denn unser Eisen hin? Kann man da hinten schon pulverisieren? Äh, ne, warte, ich muss eben die Engines, äh, die Pipes zu Ende bauen. Ich brauche nur Smoothstone dafür. Smoothstone. 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 Smoothies. Dann warte ich noch geschwind, bevor ich jetzt noch das Eisen zerheiz. Genau. Und spiele hier rum. Ah, ich brauche noch eine Kiste. Dann baue ich mir eine Kiste. So, dann tue ich das, wo du ich jetzt haben müssen, äh, 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 und so. Ja, oh, verdammt, jetzt habe ich acht Kisten gebaut. Macht nix. Ja, ja, fail. Kisten hat man aber fast nie genug, also von daher, oh, ich brauche noch zwei, zwei, äh, Himmelchen. Oh, das sieht ja richtig krass aus hier. Ja, sicher. Aus drülligem Motor. Mit was laufen die? Mit Kohle? Genau. Nice. Zack, Redstone-Signal an und los geht's. Ja, voll, ja. So, dann tue ich direkt mal... Sweet. Äh, tue direkt mal Eisen rein. Ja, habe ich. So. Hast du noch eine Kiste dabei, gerade in der Hand? Ja, habe ich. Setz die mal hier hin, wo ich gerade stehe, also... Ja, habe ich. Rechts daneben, wunderbar. Ja, das kann man... So, die schießt nämlich automatisch aus, das ist toll. Was die schießt? Ja, die, wenn du eine Kiste daneben stellst, mach die direkt, spuck da rein. Ah, ja, aber du musst das da... Da kannst du nämlich... Sollst du Farben markieren, war das doch so hier? Äh, und zwar, nee, das ist so, und zwar, wenn du da reinguckst, du kannst die In- und Outputs quasi bestimmen mit den Farben. Blau ist jetzt von oben, also da tue ich gleich einen Hopper drauf und rechts das Orange für beide Slots in die Kiste. Ah. Aha. Nice, 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 nice. Geht voll ab. Ah, ja, okay, alles klar. Und da kommt da schon... Und je mehr Strom... Ja, und je mehr Strom drin ist, umso schneller laufen die, das ist auch ganz gut. Mhm. Genau. So, Iron... Wie viel brauche ich denn? Zwei, vier, sechs habe ich. Das müsste dann, glaube ich, schon reichen. Ja. Wenn der durch ist. Und dann habe ich noch hier eine Kiste wieder. Oder auch nicht, doch, hier habe ich sie. Sehr schön. Ja. Das Letzte machen wir noch hier drin. Ne, machen wir nicht. So. Drei, vier und sieben. Und dann brauche ich noch eine Diahacke. Ist das okay, wenn ich die drei dafür verwende? Ja, klar. So. So, 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 so. Hm, ich habe dir vorher wieder deine Stöckchen hingeschmissen. Willst du mal beim Vorbeischmeißen? Beim Vorbeischmeißen gehen schmeißen, so meinte ich. Stöckchen wo, was? Ja, Stöckchen. Okay. Ich habe... Oder auch nicht? Hast du keine mehr? Achso, Stöckchen, Entschuldigung, ich war ja gerade verwirrt. Äh, ich habe drei Stöckchen. Ah, ja, okay. Außer Holz? Ich habe Holz. Nee, nee, reicht ja dann. Okay. So. Ich stimme für eine Spitzhacke. So. Und jetzt brauche ich noch meinen Iron. Okay. So. Und die Kiste. Und... Dann haben wir einen Türtel. Jawoll. Und jetzt brauchen wir noch eine Spitzhacke und wir haben einen Mining Türtel. Yay. Perfekt. Wir brauchen noch einen Namen. Wir brauchen noch ein tiefes, tiefes Loch graben. Ja, und einen Namen brauchen wir. Ähm... Bernd. Bernd, nein. Ach komm. Nein. Ähm... Ähm... Label Set Tom, der Zweite. Jo. Jo. Ähm... Jawoll. Jawoll. Und da soll ich mich jetzt runter meinen? Ja. Dann... Hast du noch Cobblestone? Kriegst du ja gleich ganz viel. Warte, ich helf dir mal eben. Genau. Dann darfst du links machen und ich mache rechts. Okay. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö gar nix. Zoppenduscht da schon wieder. Zombie, ich habe ein Zombie gehört, die sind in der Höhle. Ja, irgendwo, gar nicht weit weg. Ich bin viel schneller als du. Ja, du hast auch, glaube ich, eine Eisen. Beiwünsch, ja, die ist fast gut, deswegen bin ich gleich eh vorbei. Alles klar, aber dann hast du ja auch genügend Koppel und dann kannst du ja wieder ganz normal. Irgendwie, irgendwie habe ich mich, oh, ich habe mich schön verdickt. Ich repariere mal geschehen. Oh, gleich müsste es kaputt gehen. Gleich, gleich, gleich. Ja. Passem, kaputt. Passem. Ja, ich verhau noch hier meine letzte Eisen. Ne, Stahl, hier. Ne, nicht Stahl. Oh, ich habe es gleich. Stein. Ja, vielleicht. Hier, Stein, ja, genau. Ich hätte ja die Diamantspitzakke nehmen können. So richtig fies, so. Oh, ups. Oh, jetzt habe ich sie angehauen. Jetzt müssen wir noch eine machen. Nein, aber Tom wird ja auch sicherlich gleich wieder Diamanten finden. Ja, bestimmt. Ich glaube, fest daran. Mhm, so. Beidseitig sind wir wahrscheinlich jetzt schon wieder ganz gut dabei, ne? Ja. Ja. Ne, ne, ne? Ja. Definitiv. Mhm. So, ich befülle mal eben den Hoppa. Ja, Hoppa. Hoppa. Oh ja, ich bin, ich bin auf eine Höhle gestoßen. Auf eine Lava-Höhle sogar. Oder auf einen Zombie mit einer Taschenlampe. Dann fülle ich jetzt mal eben nochmal die, 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 die Engines, ne? Oh nein, das ist sogar ein Mietenschacht hier. Ui, 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 ui. Doch, tatsächlich, ja. Uh. Uh, scary. So. So. Genau. So, so, so. Du brauchst wahrscheinlich jetzt keinen Stein mehr. Hat nicht einen. Alles klar. Okay, wo sind wir denn hier? Oh, 40. Oh je. Das dauert ja noch, bis ich da unten bin. Hm, 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 hm. Hm. So, ne Furnace. Fugelanze. Eine Powered Furnace. Dafür brauch ich Bricks. Ach, wie schön. Haben wir ja gerade da. Ja, hab ich hier. Sieh, ich wusste das. Das war voll intuitiv. Ja. Perfekt. Absolut. Turn the light on. Hier, hier. Jawoll. Ok, ok, dann. Das heißt, wenn ich dann jetzt gleich wieder hochkomme, dann ist da oben schon richtig schön die Maschine am werkeln. So voll automatisiert. Voll absolut. Alles klar. Von vorne bis hin. Das heißt, ich muss bloß noch Kiste reintun und hinten kommt fertig raus. Ja, und dann fliegen wir zum Mond direkt. Ja, ja. Nächste Folge lang. Ja, klar. Ich meine, ich habe mir das schon viel zu lange gebraucht, finde ich. So, jetzt mache ich hier. Gold, ich brauche Gold. Ach, Mist. Grabe ich hier das Eisen frei und mache es dann wieder zu. Ich bin auch schlau. Sehr schlau, schlau, schlau. So. Los, gib mir Gold. Gib mir Gold. Gold, 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 Gold. Wo haben wir unsere acht so tollen Goldgestellen? Haben wir hier so Dingkisten können wir bauen? So Eisenkisten und so. Ich weiß es gar nicht. Ja. Ja, cool. Ich glaube schon. Müsste dabei sein. Chist. Ja. Oh, nice. Wir sind dabei. Perfekt. Ja, finde ich nämlich viel chilliger. Oh ja, wir sind saupraktisch. Ja, vor allem flinkst du nicht in die Luft. Mhm. Ja, ja. Und sie sparen ganz, ganz viel Platz. Mhm, richtig. Oh, man kann sie nebeneinander stellen. Ja. Ja, das ist richtig cool. So. Ja, es gibt so viele Kisten. Oh, diese Kisten hier. So. Ja, allerdings. Wo bin ich denn jetzt? 27. Auf wann kriege ich die? Das ist ab 12. Ab 19, glaube ich schon. Ja, um die 15 oder 19. Ja, um sowas. Hm, 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 hm. So, das ist nur noch ein Stundenart. Koffer brauche ich noch. Koffer, koffer, koffer. Wenn du irgendwie zu viel Stein übrig hast, kann ich dir noch ein paar Treppen machen. Stimmt, das kann ich dir mal machen. Ich baue mal eben den Furnace. Und dann baue ich dir ein paar Treppen. Cool. Weil ich finde die Hochspringerei immer schlimm. Oh ja. Dann nehmen wir mal die Schaufel. Tab, 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 tab. Ah, da können wir noch mehr die Schaufel nutzen. Hier sind drin. Wie viele Quere kommt denn da runter? Hey, hey, hey. So. Noch ein Fäckelchen. Tief darf es jetzt nicht mehr gehen. Ich habe jetzt nämlich bald keine mehr. Oh, okay. Da geht es noch mal tief, tief runter. Dann dürfte ich ja aber fast schon unten sein. Ich habe eine Schiene gefunden. Yay. Den kannst du mitbringen direkt. Gibt es eigentlich Red Power? Ich glaube nicht. Oder? Nein. Oh mein Gott, hier gibt es nichts. Don't do nothing. Nothing. So. Ich würde sagen, ich stelle jetzt noch die Furnace her. Mhm. Und dann können wir mal ein kleines Päuschlein nehmen. Das und... Wahrscheinlich sind wir heute schon wieder weit, weit drüber. Ähm. Ich weiß nicht. Geht. Echt? Okay, ja dann. Dann perfekt. Geht vier, fünf Stunden. Noch so im... So, fünfzehn. Ohne Drei-Stunden-Folge, verdammt. Ja, genau. Okay, dann lasse ich mich noch auf zwölf runter und dann setze ich noch unseren Törtel los und dann... Jo. Und dann... Ich habe schon wieder vergessen. Tom. Tom. Törtel Tom. Törtel Tom. So. Törtel Tom. Wo sind wir denn jetzt? Vierzehn. Zwei noch. Ich sehe es schon. Das Ende. Ende des Tunnels. Ja. So. Dann baue ich noch ein Hoppa. Ohne Drei noch eben. Und noch ein Räppchen hier rausklatschen. Okay. Ausbuddeln. Oh, nee. Oh, putz. Oh, und ich habe Redstone. Ja. Wunderbar. Mein Redstone geht mir gerade langsam aus. Perfekt. Ich wusste es. So. Tap, tap. Und dann gehen wir in die Richtung noch. Ja, meine Orange-Spitzhacke macht auch nicht mehr viel. So, vielleicht noch eins größer. Dann haben wir eine... Ach, sieht schon gut aus. Ja, ja. Dann ja auch. So. Dann schicke ich ihn einfach in die Richtung los. Ach so, nee. Ich werde ihn erst nächste Runde losschicken, weil er hat ja noch gar nichts. Ja. Gut, aber wir haben zumindest mal einen Start. Sehr schön. Ja, springe ich jetzt noch hoch zu dir? Boah, komm noch eben hoch zu mir. Alles klar. Dann mache ich hier noch ein bisschen zu. Ah, ich lasse es. Ich springe. Dann können wir es mal direkt nochmal eben hinlegen und dann... Perfekt. Haben wir es geschafft. Genau. Pass. Ich sehe nicht mal den Ausgang da oben, hey. Krass. Ich lege mich schon mal hin. Ja, bei mir handelt es sich nur noch um 264, 265 Treppenstüchchen. 261. Oh Mann. Ja, ich habe es gleich. Ich bin schon fast da. Eins. Wunderbar. Null. Wuhu. Haben wir schon noch Treppen gemacht? Haben wir Türen? Naja, jetzt schon. Ah. So. Oh, zu. Ja. Uh. Wunderbar. Perfekt. Ja, dann sage ich mal, ne? Jo, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aui. Au.